hallo und herzlich willkommen zu der nächsten schatzkarte hier in kingdom come deliverance es handelt sich um die schatzkarte nummer 17 zu bekommen ist die beim jägersmann berthold der in rathai ist sollte ich nicht wissen ich zeige es einfach mal kurz wo haben wir rathai der hält sich hier auf da ist er und der schatz ist versteckt unterhalb südwestlich von rovna und nordwestlich von samopesch wenn ihr hierhin reitet findet ihr so eine hütte am wasserbrücke daneben und ihr müsst hinter die hütte laufen findet ihr diesen erdhaufen der als graben markiert ist und beginnt dort zu graben und hier haben wir drin einen eschen langbogen 222 groschen eine halskette die magdeburger küross der auch sehr gut ist verzieht die reiterschliff stiefel wer braucht schlüssel und mal wieder würfel das war's von mir danke fürs zugucken und bis zum nächsten video